hallo willkommen zurück wir sind wieder hier im zweiten teil und bei uns im flug nach mallorca und ja wir sind schon mittlerweile wie ihr seht über mittelmeer angekommen müssen über mittelmeerraum und gehen bald in den sinkflug über und ja unterwegs war natürlich eine tolle szenerie zu sehen über der schweiz das habe ich euch hier ganz kurz zusammen geschnitten so 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 ja wie gesagt ganz tolle bilder was man unterwegs sieht in diesem flugsimulator jetzt gucken wir ganz kurz auf der karte wir sind hier in der section point pivus und hier ist in der section point marotte und ab hier ist der top of descent eingeplant das heißt der atc wird uns ab hier in den sinkflug überleiten ist mir aber zu kurzfristig also da muss man sehr sehr schnell runter deswegen werde ich gleich nachdem wir pivus überquert haben werde ich gleich in den sinkflug einleiten das mache ich manuell kann man den atc kann man dann ganz normal dazu beauftragen wir sind gerade dabei pivus zu überfliegen wir sind schon im queranflug warten wir bis er komplett überflogen ist wir wieder gerade sind und dann beginne ich schon den sinkflug für die insel mallorca anzufliegen dann hoffen wir auch dass wir eine ordentliche zuweisung bekommen dass sie früh genug kommen weil manchmal bei pro etc kommen die anweisung und die freigabe für die landebahn und so weiter zu spät und dann wird plötzlich die landebahn geändert dann habe ich alles schon in mcdu einprogrammiert und das ist kompliziert wieder zurückzustellen also da bin ich nicht so gut drin da muss ich gleich sagen so wir fliegen vorbei also pivot haben wir das marot fliegen wir schon drauf zu also mache ich jetzt das ist die anfrage ok ok auf luft level 230 23000 fuß und wir sinken mit 1900 fuß pro minute im moment schauen wir wie es hinkommt jetzt fahren die triebwerke langsam zurück der bordcomputer hält die geschwindigkeit bei guckt dass wir nicht zu schnell werden und aber auch nicht zu langsam deswegen lasse ich den hier noch eingeschaltet und später wenn wir tiefer kommen mache ich das auch manuell so jetzt habe ich den bescheid gegeben die stewardess hat gerade eben das habe ich schon gehört der passagier schon gesagt dass wir den sinkflug einleiten langsam und jetzt geht es langsam nach unten hier kann man sehen also hier die ganze steuereinheit beziehungsweise hier mein trust master controller der hier auf dem schreibtisch steht habe ich jetzt die ganze flugzeit über nicht mehr berührt gibt ja auch keinen grund dazu das einzige was notwendig wäre wir würden zu schnell werden aus irgendwelchen grund die speed brakes benutzen aber der rest bleibt alles unberührt und die trust levers bleiben tatsächlich immer auf der cl position stehen als auf der climb position weil da der bordcomputer die gut steuern kann perfektes wetter wie man so kennt natürlich wenn man da im mittelmeerraum ankommt normalerweise so ich muss derzeit immer wieder die abstände auf dem radar bildschirm den ich leider nicht einblenden kann warum auch immer muss ich die abstände kontrollieren dass wir wirklich zeitnah runter kommen das ist jetzt in der section point wer so und danach kommt noch lunig und lunig ist der endpunkt von unserer flugplan ab da beginnt dann die anflugprozedur das sollten wir schon die die letzte höhe haben was der controller uns zuweist nicht die allerletzte zum lande anflug aber die transition level und der liegt bei 6000 fuß bei mallorca normalerweise im übrigen alle flugzeuge die hier herum fliegen da oben liegt eins da hinter dem holmen ist jetzt gerade noch eins hier hier kann man es leider nicht sehen auf der radar den ich leider nicht einblenden kann das sind echte maschinen die wirklich gerade in diesem zeitpunkt dort unterwegs sind das einzige unechte dabei sind wir weil wir sind ja ein reiner simulationspilot wir sind ja unterwegs auf dieser fluglinie einfach so deswegen kommt manchmal ein flugzeug ziemlich nah da können die aber nichts dafür da oben fliegt auch einer das kann man sehen und ich kann sogar die kennung erkenne wird da oben die maschine der fliegt jetzt gerade neben uns das ist eine rhein air maschine nur eine maschine von mallorca nach das muss in einem flughafen italien sein ich weiß nicht da fängt er vorne an ja genau ja ganz interessant also die flüge die sind ja wirklich echt ich habe die mit meiner radar app die ich auf dem handy habe habe ich immer kontrolliert und tatsächlich sind die dort in der gegend dann unterwegs auch noch müssen echte flugnummern alles ganz normal interessant das war eine dunkle stimme von dem kontrolle aus barcelona ja barcelona ist ja hier ungefähr da da sind wir genau da drüben muss der flug haben dass der barcelona flughafen genau und da unten fängt schon mallorca an deswegen nichts wie runter dass wir jetzt wirklich in die gescheite höhe kommen schon wird das alles am schluss bisschen stressig schnell runter zu kommen ist auch nicht angenehm für die passagiere weil das geht gleich aufs trommelfeld dann gehen die ohre zu ohne ende habe ich oft erlebt dass wir schneller runter müssen und dann tun mir die ohre weh ohne ende jedes mal wenn das so extrem runter geht bin ich bisher empfindlich drin schade so sonst gibt es für uns jetzt noch nicht viel zu tun jetzt sind wir über verso und fliegen auf lunig zu und lunig wie gesagt das sollten wir an der nächste anweisung unter sein jetzt haben wir die anweisung 230 wir sind jetzt bei 270 im moment weil sie haben noch 4000 fuß und dann kommt gleich noch eine anmeldung hinterher und wie gesagt dann sollte man lieber gucken dass wir ein bisschen schneller runter kommen genau 2300 fuß jetzt ja und der 50 so das heißt also klar eingestellt habe ich jetzt 2300 fuß pro minute das sind also wie 2300 fuß pro minute wo wir runter gehen dann kann auch noch schneller runter gehen wie gesagt gibt also gewisse grenzen aber der bordcomputer hält die geschwindigkeit dazu bei schon muss die grundschwert auch noch kontrollieren ich komme so immer gut zurecht das funktioniert auch gut im prinzip ist das prinzipiell schon möglich natürlich wird ein echter pilot hier sagen nee das brauchst du hier nicht oder das ist viel zu wenig machst tiefer oder wie auch immer weiß ich halt nicht ja also sorry dafür aber immerhin nutze ich hiermit eine simulation die wirklich authentisch ist und sich wirklich simulation nennen kann weil dann doch sehr vieles möglich ist und das ist nicht etwa vereinfacht also tatsächlich könnte ich den airbus jetzt auch wirklich da in diese position bewege bis auf viele schwierigkeiten und tiefgreifendes wissen was ich natürlich auch nicht weiß ist klar macht aber tierisch spaß und darum geht es ja auch so wir bestätigen das jetzt ich habe gerade die anflugprozedur bekommen sehr gut das ist auch zeitnah gekommen diesmal da gehen wir hier auf flight plan hier auf dem flughafen lebe also mallorca arrival die anflug ist hier als z24 l ls z24 l da haben wir es doch und anflug kurze ist luni 2p luni 2p hier ist luni 2p und insert unsere abflugroute ist jetzt hier gestrichelt dargestellt möglich dass der autopilot denn jetzt wieder nicht folgt warum auch immer das ist jetzt das hat sich alles ein bisschen geändert und jetzt mit der neuen version nochmal mehr würde ich sagen muss ich halt hier nachher griffbereit sein muss dann halt manuell nachsteuern so schauen wir uns das auch gleich hier an das heißt unsere gewünschte überwasser anflug haben wir nicht erlaubt bekommen gehen wir jetzt hier auf 24 l und luni 2p haben wir auch drin und so wird jetzt unsere anflugroute ansehen da oben kommen wir schon ich muss kurz auf flugfläche 120 runter gehen haben wir gerade die anweisung bekommen das habe ich gerade eingestellt so hier kommen wir jetzt über luni an da müssen wir runter da gibt es auch hier maximal 250 knote müssen wir gleich die geschwindigkeit reduzieren und dann fliegen wir hier bis cap de pera zur vioa station cap de pera hier kann auch eine warte schleife kommen und dann haben wir direkt den anflug zu unserer landebahn ne soweit das hier schon mal so und dann speed drehen wir runter auf 250 schon mal wir sind bei 16.000 fuß 12.000 fuß müssen wir erreicht haben gleich jetzt sollen wir auf 110 runter gehen ja wir müssen schneller runter ein flugzeug auf diesem weg schnell nach unten zu bringen ist schon eine kunst für sich weil das flugzeug hat natürlich schon eine starke aerodynamik und man kann nicht einfach so wenn man eben nach unten drücken geht so einfach nicht unterhalb von 10.000 fuß gilt sowieso eine maximal geschwindigkeit von 250 knote das hat damit zu tun dass wegen vogelschlag und so weiter die kommen oberhalb von 10.000 fuß nicht vor so wir müssen uns jetzt beim approach melden das heißt wir melden uns am flughafen an und wie erwartet fliegt der computer diese anflugroute nicht automatisch an es gab strecken wo es gemacht hat ich muss mir das nochmal näher angucken warum er das nicht macht oder was muss ich hierzu verändern aber das muss ich mich später nochmal drum kümmern aber halb so wild wir können es ja auch manuell hier richten so jetzt sind wir hier auf der richtigen linie haben wir dann halt manuell die kurse eingedreht und anhand von meiner flugkarte wo ich im navigraph habe sehe ich ja wie ich normalerweise die nächste station kapte pera anfliegen muss jetzt kommen wir auf 10.000 fuß wir müssen auch langsam langsamer werden damit muss speed brakes benutzen sieht aber im moment ganz gut aus ok also bin jetzt sollen wir jetzt sollen wir auf 6000 fuß runter gehen wir mal nicht ganz so steil runter weil wir dürfen ja auch nicht schneller werden 6000 fuß ist ja was ich schon gesagt habe das ist der transition davon von vajorka dort gilt 6000 fuß jetzt sollen wir auf 5000 runter gehen und UNH muss eingeschaltet werden jetzt weil jetzt brauchen wir die wahre höhe ist 10.17 jawoll hier kann man schon mal ls landing system einschalten bin im moment sehr zufrieden mit dem anflug es sieht alles sauber und ruhig aus schauen wir mal wie das in der kabine aussieht ach das typische geräusch kennt man ja vom flugzeug beim anflug nur dass normalerweise bei vielen die ohre dabei noch ein bisschen zu sind dann hört sich das noch mal ein bisschen anders an auf dem radar sieht man schon da wächst die insel langsam vor uns auf das alles blau ist noch wasser hier vorne ist das dort das cap formantor und da hinten die küste ich glaube da hinten dran ist die küste von poli polienza oder war das hier bin ich mir gar nicht mehr so sicher ich glaube aber hier ist polienza dazwischen genau der ort und da vorne ist cap de pera dort müssen wir die station überfliegen da fliegen wir übers land dort hinten zum flughafen ja 250 wunderbar ich bin sehr zufrieden da merkt man dass das update noch ein bisschen genauer ist vorher war es nicht so akkurat das ist eine rhein air maschine irgendwo noch im weg auch auf dem anflug mallorca hat man hier gerade eben gehört ja wir fliegen sehr ruhig das ist wunderbar wetter ist perfekt heute ja wenn wir angekommen sind geht es direkt eine biergarde oder so ganz klar wenn wir schon mal auf malle ist leckeres spanisches barbecue wir haben 6500 fuß wir sind gleich auf der höhe sehr gut das passt alles sehr gut im moment bin im moment jetzt richtig zufrieden mit diesem neue update noch ein stück mehr realismus also wahnsinn ja wie gesagt das nenne ich das nenne ich wirklich simulation schalte mir hier schon mal ein 1017 die qnh also die barometer haben wir hier schon mal eingestellt obwohl jetzt haben die 5000 erreicht da kann man das hier auf approach lassen auf dem nächsten dings das ist das nächste sheet was wir angehen da fliegen wir weg von der linie jetzt fliegen wir hier über cap de pera und dann hier rein so jetzt schaue schon mal ein blick auf die karte weil wenn wir über die station weg fliegen und rein drehen müssen wir die geschwindigkeit auch reduzieren noch ein bisschen und wir bereiten das flugzeug auf die landung vor gleich landescheinwerfer mache ich alles jetzt an auf jeden fall strobes mache ich extra nochmal an die stehen zwar normalerweise auf automatik aber besser ist wenn alles nochmal richtig drin ist landescheinwerfer kann sein dass sie auch normalerweise wenn wirklich der letzte anflug auf dem flughafen kommt geschaltet werden mache ich gleich ein bisschen zu früh wir haben eine wunderschöne lage flugzeug liegt sehr ruhig ich muss noch keine flaps also noch keine landeklappen noch nichts muss ich irgendwie dazu benutzen das ist gut aber ist natürlich alles in echtzeit das heißt klar fliegen macht spaß aber im flug nach mallorca sind halt rund zwei stunden also ihr haben flugzeit den chronograph habe ich übrigens beim start vorhin in frankfurt vergessen zu drücken da hätte ich direkt auf der landebahn zack und dann schub gebe aber habe ich vergessen zu drücken habe ich den ersten nachdem ich das video beendet habe gedrückt da war es eine minuten 24 ungefähr 15 minuten 20 minuten waren wir schon in der luft also 1,45 minuten also kommt mir mit 1,50 minuten 1,55 minuten hin und das wäre realistisch absolut so jetzt sind wir gleich über Cap de Pera ich werde automatisch ja wir haben nochmal die bestätigung bekommen transition ist cdp also Cap de Pera das heißt wenn wir das station gleich überflogen haben drehe ich gleich manuell die kurs schon mal richtung flughafen quer an flug flughafen und die genaue richtung wird mir dann vom controller bekommen wo die station steht das kann man natürlich von oben jetzt nicht sehen aber das sehen wir normalerweise am radar den habe ich aber hier nicht eingeschaltet doch da unten Cap de Pera 5 meilen da kann man sehen noch fünf meilen bis cdp 4,7 und da kann ich gleich hier umdrehen ungefähr drei meilen vorher kann man schon loslegen weil wir können ja nicht eine eckige kurve fliegen wir müssen ja dann schon ein bisschen ausholen und das machen wir zwei eins jetzt sind wir drei meilen ok jetzt drehen wir ein ich gehe mal auf 280 grad aber ich schaue das schon mal an wahnsinn oder die grafik ich finde das so klasse als würde man wirklich aus dem flieger schauen gerade nur ergeht mich dass ich das noch nie gemacht habe ich habe so oft vor gehabt einmal eine ganze runde um die insel zu fahren auf außen rum so an der küste entlang ich habe zwar einige städtchen schon gesehen links und rechts oben unten Norden Osten Westen Süden aber so eine runde wollte ich eigentlich auch mal fahren so einen Mietwagen nehmen und dann mal rumfahren ein paar Orte kennenlernen werde ich unbedingt noch machen müssen unterwegs einkehren war schönes essen und so weiter warum nicht das wäre mal ein schönes Ding so jetzt sind wir quasi auf dem queranflug der flughafen ist da vorne irgendwo aber wir fliegen quer drauf zu und schalten jetzt hier die Systeme langsam auf ALS um na komm schon das haben wir schon geschaltet noch etwas ja approach hat er noch nicht geschaltet oder ne ne 39 die Frequenz stimmt hier gar nicht jetzt haben wir sie drin jetzt haben wir sie drin wir sollen 270 grad hat er uns gerade die Anweisung gegeben jetzt geht's ne das heißt unser instrument landesystem kann jetzt unser Flugzeug selbst zur Landebahn führen das ist auch heading 265 heading 265 so jetzt drehen wir hier ein macht das Flugzeug natürlich selbst tätig muss die Geschwindigkeit reduzieren machen wir schon mal eine Landeklappe raus machen wir schon mal eine Landeklappe raus machen wir schon mal eine Landeklappe raus das Fahrwerk schon mal raus also irgendwas stimmt heute nicht mit mit der Landebahnerkennung die steht total schief also alles ist jetzt ich so und der automat und autoland funktion funktioniert nicht ich weiß warum müssen es halt selber machen ich hoffe das geht mit der neue update wir werden noch langsamer und klappe stufe 2 er hat das war jetzt eine warnung weil die dürfen nicht über gewisse geschwindigkeit mir war noch am runtergehen so wenn wir noch langsamer geben wir flappe stufe 3 2.500 und full flaps so das sieht jetzt sehr steil aus tatsächlich liegen aber gut so 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 dadurch dass jetzt das instrument lernensystem die kennung nicht angenommen hat das hängt das mit dem update zusammen muss ich jetzt tatsächlich mit der hand lande aber mir fehlen jetzt hier die flughafendaten ich weiß nicht ob im kleidslop sind und die erkennungslichter kann man hier noch nicht erkennen was bringt dann dauernd jetzt da geht doch aus mensch ja das sind nervische töne da ist jemand auf der bahn ich krieg klärt vor freigabe aber trotzdem ist da jemand auf der bahn das gibt es nicht das ist ein fehler vom programm da darf niemals einer stehen jetzt ja das wäre jetzt schon fatal ach das war eine furchtbare landung nur weil der hat mich jetzt total irritiert so schubumkehr so wir haben es geschafft zu lande aber das trotzdem bin ich nicht glücklich damit das war so ein schöner anflug gewesen und dann findet ihr die kennung von der landebahne das verstehe ich einfach nicht weil dann hätte nämlich der bordcomputer mich sauber sanft auf die richtung landebahn gebracht und der letzten moment so mache ich das immer mache ich das gas weg und lande dann die maschine selber und jetzt sind wir hier ganz hart drangenommen aber merkt man das neue update ist sehr empfindlich in der bewegung aber schade das werde ich noch mal wiederholen auf jeden fall auf eine andere landebahn oder wie auch immer das muss ich mir nochmal angucken was da jetzt los war so jetzt sind wir angekommen auf mallorca herzlich willkommen hier in palmer der mallorca landebahn haben wir verlassen bleibt immer gut stehen weil es wird die lande die stelle aus dass wir hier niemanden blende und holen uns die freigabe zum tower so ohne ok habe ich auf der karte geguckt wo wir hin müsse ich meine wir hatten ja die antwortprozedur bekommen das war ilsz 24l das habe ich auch eingegeben bordcomputer normalerweise ist dann die original frequenz eingegeben dort wurde aber eine andere frequenz gezeigt und da habe ich hier auf der original chart geschaut habe die nachträglich eingetragen doch die kompassrose alles hat nicht gestimmt das muss ich dann feststelle muss hier noch mal ins bordbuch gehen oder keine ahnung was sich da verändert hat wie dass das nicht noch mal passiert uns sanft aufgesetzt aber wir sind angekommen ich müsste aber jetzt wahrscheinlich mit dem techniker noch immer das fahrer weg kontrollieren lassen ein stück müssen wir noch rolle ans geht 10 soll mir dafür müssen wir da vorne ne hier noch nicht aber da vorne die nächste genau da müssen wir links ja aber das ist immer wieder problem mit dem traffic wenn die am boden rumrolle und so weiter dann rollen wir durch eine maschine durch und da oder so dinge das muss man einfach tolerieren das ist halt ist halt so noch ja und gerade die fliege die tatsächlich in dem moment dort unterwegs sind die sehen uns ja nicht wir sind ja wie gesagt virtuell wissen ja gar nicht da da steht eine reine erne so und jetzt bis zum geht 10 das ist dann auf der linken seite natürlich gleich hier stehen verdächtig viele war eine maschine gut die fliegen ja verdammt oft nach mallorca aber die die werden jetzt hier gespawnt diesen nicht in wirklich da gerade so aufpassen was haben wir hier wir haben 14 12 da schon 10 ja das 10 machen wir schnell das taxidicht aus dass wir hier die leutblende ja ja da war gerade noch ein flugzeug und auf unserem platz nur also das ist halt das ist schade das stört ein bisschen das rest was noch fehlt was irgendwie noch angepasst werden müsste und da ist wieder da gleich ist es wieder weg wenn wir näher kommen so park and break set hier lassen wir diesmal externe strom geben ist noch nicht da können normal was hätte ich jetzt unterwegs die apu wieder gestartet die hilfstriebwerk aber wir machen so als hätten jetzt eine längere pause so ist der strom verfügbar ja strom ist da und dann kann man jetzt maschine abschalten ach so jetzt macht gleich zack zack kann die leute aufstehen dahinter die brücke wird angefahren hier das ist schon gut so und die board sollte wenn die gäste jetzt anfangen zu borde so das muss ich jetzt mal check damit das hier wieder stimmt und warum auch neuerdings die anflugprozedur vom autopilot nicht mehr übernommen werde das muss ich mal prüfen was das ist kann ich das leider so auch nicht sagen aber wie gesagt ich hoffe es macht euch genauso spaß wie mir mir macht es auf jeden fall spaß natürlich nur weil das ist ein interessantes sehr sehr intensives hobby da muss man sich wirklich darum bemühen deswegen fliege ich nur noch ein flugzeug und das wie gesagt nach dem update noch realistischer muss ich noch ein bisschen dran üben bis zu dran knabbern aber ich hoffe euch hat es spaß gemacht das sehen wir uns bald in der nächsten folge wieder und wenn ihr mehr davon sehen wollt vom flugsmörder oder wenigstens so eine interessante strecke anzufliegen sagt mir bescheid machen wir das kein problem also vielen dank schau schau schau